Und lassen das schmelzen. So, in der Zwischenzeit kann ich ja mein Thion da oben etwas auffällen. Und ich baue auch drei. Schön, ich glaube das reicht sogar schon. Nehme ich dann auch nochmal mit. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schön aussieht. Ich hoffe es einfach mal. Ups. Sehr klug gebaut. Hm, so. So. Na ja. Und die zwei Clear Glass kann ich dann hier weiter verbauen. So. Sag dir mir mal, was ihr da unten betrieben habt. So, so. Ich kann das auch nochmal voll machen. Komm. Fein. Sehr gut. So, ich glaube jetzt sind noch vier übrig. Fünf sind übrig. Okay. Und dann werde ich mal die anderen Sachen da drinne schmelzen. Denn die haben es ja auch verdient. Und was ich noch machen wollte, ist ein Transformer Upgrade für meinen... Äh? Copper Quarry Busch. Quarz Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone. Da. Genau, das wollte ich haben. So, sonst noch was? Ne. Gut. Dann habe ich hier meine Sachen, die ich haben möchte. Und... Zack. Rein damit. So. Und benutze ich dann einfach mal hierfür. Das ist sehr klug. Genau. Das wollten wir hier nochmal machen. Genau. Wir springen das Ding hier weg. Und es ist schon fertig. Wir haben aber noch jede Menge... Nether Rack hier drinne. Boah, ich habe eigentlich so viel, was ich einfach nur verbrennen kann. So. Hallo. So. Dann brauchen wir... Wir brauchen noch... Für unsere geliebte Teile hier... 4000 haben wir schon. Boah, das ist viel. Wir brauchen noch eine... Wir brauchen noch eine... Irgendwas machen. Genau. Ich brauche ein... A-A-Transformer-Upgrade. Oder ein Upgrade. Und das machte man hier... Und das machte man aus einem... Wartet mal bitte kurz. Aus Kupferkabeln und einem Maschinenblock. Und ein... Äh... Äh... Na? Okay. Dann muss ich wohl den richtigen Namen eingeben. Und das war der... Nein. Okay. Wahrscheinlich ist das... Das ist Maschinen... Basic Maschinen Chasing. So lange brauche ich... Iron. Wo bist du? Hier, Ron. Nein. So kann man es nämlich super suchen. Da. Iron Inget. Da habe ich aber zu wenig von. So. Das Kopper kommt erstmal weg. Komm. Gib mir Kupfer. Kupfer kommt hoch. Und gibt es mir... Schöne... Frische... Frische... Kupfer... Blöckchen. So, wie viel habe ich noch drinne? Oh. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich habe jetzt schon wieder zu wenig Blöcke drinne. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wieso... Wieso passiert mir das immer? Wieso, ne? Jetzt habe ich kein Eisen für die Zeit. Jetzt muss ich warten, bis das alles erstmal baut. Und, 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 und. Aber was ich in der Zwischenzeit machen könnte, ist einmal kurz nach draußen gehen und nach meinen Bäumen gehen. Der will kurz nach draußen gehen und ein Creeperlein. Abstechen. So, her, mit euch. Ihr seid so... ...liebenswürdig zu mir. Da ist auch noch was. Und die letzten haben sowieso nichts. Das ist gut. Habe ich hier noch was bekommen. Und... Hopf. Fliege und zeige mir, was die Query mir gebracht hat. Zack. Zack. Na, und wie viel habe ich jetzt noch drinne? Fünf. Gut, das müsste dafür reichen. Ja. Ja, ist super. Ähm... Das wird wohl... Ach, ich habe mal ein Ingot. Zack. So. Jetzt habe ich das auch. Gut. Empty. Ähm... Hm. Lock of silver, lock of aluminum. Ich habe so viel Scheiß. Und ich weiß noch nicht mal, wie viel ich das alles brauche. Ja, all right. Und im Moment brauche ich nur dieses... Zeug hier. 72. Das müsste aber diesmal reichen. Für zweimal rund gehen. Meine ich zumindest. Kann ich hier mal gucken. 36. Ja. Passt. Genau. Wie schön. Und dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Eisen. so ein Stack, das reicht also für ein Low Voltage Solar Paddle. Und dann ist das wieder weg. Zwei Stück. Wieso mache ich das dann eigentlich hier drinnen? Ich kann das ja genauso schnell oben eigentlich machen. Aber er fällt mir ein. Nein, ich kann, damit ich nicht so stark in Rohstoff fassen komme. Query noch mal. Anschalten und fad mal kurz. Das Ding ist zweitief. Das Ding ist auch zweitief. Also muss ich genau dahinter rauskommen. Gut. Dann, äh. So. Einen über mir bitte noch. Query, komm zu mir. So. Und jetzt noch Kohlenstack. Stack Kohle. Wo bist du? Kohle. Kohle. Und dann lass ich dich. Komm, nehmen wir mal 20. Ich hab' das Leerzeichen vergessen. Ich hab' das Leerzeichen vergessen. So ist es richtig. Super. Super. Klappt doch. Damit das Tier ein bisschen läuft. sketagt. Gut. Super.